So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Mario Kart DS. Wir waren ja im 100er stehen geblieben und wir können ja, ich fahre jetzt erstmal Mario, weil... Wir hatten ja die anderen schon gesehen und gefahren und so und ich wollte ja eigentlich die Karten noch wechseln, aber das ist so krank einfach, die Runden. Deswegen werde ich die erstmal nicht wechseln, weil das ist einfach zu krank. Auch bessere Items hier, ne? Alles besser. Ja, wir machen denn die Stern Cup. Ja, wir machen den Stern Cup. Der Decay Pass. Mal sehen, wie ein Gelitten das wird. Alter! Superstart, krass. Nacken! Und mit Yoshi fahre ich demnächst auch nochmal. Die fahre ich in den nächsten Part auf jeden Fall. Tschüss, Peach! Da hat sie echt beschissen hingestellt. Arsch! Tschüss, Toad! Und so wird da... Wir sind schon wieder Erster. Luigi! Oh! Oh! Eine Banane ist ja auch sehr schön. Na gut, ich hab den... Ich hab irgendwann jemanden getroffen. Von daher geht das noch! What the fuck? Was war das denn gerade? Wäre ich... Wäre ich nicht gesprungen, hätten die mich erwischt. Aber da wird mich der Schneemann erwischt. Ja, genau. Na, komm. Darf nicht mehr so dritter sein. Das wäre... Ja, ich bin Erster. Wow! Alter, die Kugel eben, alter. Krass. Mädel. Hör auf. Sonst steigst du Mario da auch nicht nach, Peach. Hm? Fang doch jetzt nicht damit an. Lass dich die wieder vom Bowser entführen. Das kannst du am besten. Ich habe zwei getroffen mit meinen Bananen. Dann war sie schon sehr gut platziert und ich bin dann nicht. Meine Herren. Aber Mario ist am besten hier. Kann man... Kann man sich geben. Kann man sich echt geben, auf jeden Fall. Yeah, er wurde getroffen. Wow! Das war mies. Ah, aber... Aber Peach wurde auch getroffen. Geil. Das ist nett. Irgendwas hat noch getroffen. Eine Banane wahrscheinlich oder so. Ah. Mh. Alter. Hier ist so eine Schneekugel runtergewalzt. Wo ist die denn? Ist die verschwunden? Nein! Nein! Oh! Oh! Bitte! Bitte was? Was war denn das für ein... Alter, was war denn das bitteschön für ein Foto-Finish, Alter? Boah, wie krank war das denn bitte? Alter! Boah, aber was war das denn bitteschön für ein Foto-Finish, Alter? Das war so krank. Das war so krank einfach nur. Boah. Das war so krank. So krank einfach nur. Tick-Tack-Trauma. Oh, ja. Schon wieder! Schon wieder super stark, Alter. Krass. Loll! Wow. Tschüss, Yoshi. Gesagt schü... Willst du mich verarschen? Ihr wollt mich doch verarschen, Mann. Yay, ich hab'n Stirn! Yay! Ja, vierter ist auch nicht das wahre, ne? Das geht auch besser. Hab' ich auch schon mal besser gesehen. Gerade von mir. Alter! Der dich hier 300 mal penetriert, oder was? Er ist... Er ist trifft... Er ist rutscht hier unter Banane aus. Er trifft nicht ein Panzer. Was zur Hölle? Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Auch nicht mit linken. Nein, 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 nein. Oh, Mist. Kann ich auch mal was Nützliches kriegen? Ist zwar nützlich, aber... Ist nicht das, was ich so gebrauchen konnte. Oh! Hör doch mal auf damit! Das wird krank hier. Echt krank. Mist. Uff. Nein! Hat die uns beide beide erwischt? Das komische... Ach, Alter, das gibt's doch nicht. Wie viel Pech muss man denn haben, bitte? Weißt du, in den anderen Parts geh ich so end up, weißt du? Und jetzt? Boah. Ja. Ja! 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 Mega! 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 Hau ab! Hau ab! Hau ab, Luigi! Ich will keine! Ich will dich nicht! Ja! Gewonnen! Ja! Ja! Mensch! Das war ja mal ne gute Runde! Machen wir den nächsten Curbs! Vio Circuit! Und ich hab Schluckauf! Achso, ich weiß, warum der Schluckauf immer weggeht. Weil es... Es wurde gesagt, ähm, wenn man sich... Also jetzt nicht in Kommentaren oder so, aber... Es wurde gesagt, wenn man sich auf irgendwas konzentriert, dann hat man keinen Schluckauf mehr. Und, ähm, im Netzplay muss man sich ja auf... 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 auf das Spiel konzentrieren und auf das, was man halt labert. Und deswegen hab ich jetzt keinen Schluckauf mehr, weißt du? Hm... Habe ich mal gelesen! Habe ich mal gelesen! Habe ich mal gelesen! Alter, ich wollte dich grad abschießen, du vollidiot! Nein, ich bin dumm! Ich bin dumm! Ja, gut, drei Runden haben wir noch. Gewinnen tue ich eh, also... Wenn ich das hier noch verliere, Alter, dann, äh... Wenn ich hier nicht erst... Wenn ich da nicht erster werde zum Schluss... Alter, dann gebe ich... Dann gebe ich... Dann gebe ich jedem von euch einen Keks. Ich bin Singter? Warum? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Warum bin ich jetzt 8er, ha? Ich fahr hier so ordentlich, wie es geht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Als letzter drei Pilze, toll! Ich kann ja abkürzen, warte mal. Sechster, Alter, das gibt's doch nicht! Nein! Oh, jetzt hat er ihn eingesetzt, verdammt! Mh... Das ist doch krank! Die Strecke, die mag ich überhaupt nicht. Ja, Alter, was geht? Bin schon wieder 8er! Was soll denn das? Die wollen mich verarschen, die Leute! Ja, aber ich fahr hier so gut, wie es geht! Ernsthaft? Wie kann man so beschissen sein? Oh, das ist gut! Den hatten wir ja auch noch nicht! Alter, wen's noch dritter, ja? Für wen's noch dritter werden? Der dritte will ja wohl noch drin sein. Alter, hau doch mal ab, du Arsch! Alter... Alter, das gibt's doch nicht! Will ja scheiß, ey! Mh... Wieso hat die 26? Warum hat die 26? Ich war doch immer erster! Ich war doch immer erster! Hä? Was zur Hölle? Was zum Geier! Da muss ich die Peach wohl ownen irgendwo! Aber warum ich... Hä? Ich war die ganze Zeit erster? Alter! Das Spiel will mich verarschen, Alter! Das Spiel will mich echt verarschen! Warum immer ich? Kann mir das wirklich... Einer mal erklären! Das ist so krank! Ja, kein Item gekriegt! Natürlich nicht! Warum sollte ich auch ein Item kriegen, hä? Völlig überflüssig sind Items! Oh, ein erster! Cool! Da wurde mich schon von einem Kugel-Willi erwischt! Ich muss mich jetzt so ein bisschen konzentrieren gerade! Deswegen, äh... Weil ich bin jetzt gerade erster und das möchte ich auch weitestgehend bleiben! Und... Wer blüht, wenn das nicht so wäre? Huiii! Nee, ich will echt erster bleiben, weil das... Das ist krank genug! Oh! Boah! Die eine hat mich abgeworfen und der Panzer hat mich nicht getroffen dadurch! Nice! Sehr nice! Aber wieso? Wieso hat Peach immer... Hä, wieso hat Peach mehr runter als ich? War ich nicht immer Erster? Das verstehe ich nicht gerade! Keine Ahnung! Ob ich keine Ahnung will! Da hat ein Dreierpilz da unten... Waaah! Ja! Da hat ein Dreierpilz da unten... Waaah! Ja... Wegen... Wegen ein... Also... Ich lieg mit einem Punkt... Vorne? Ernsthaft? Ja, das muss ich mir echt ein Let's Play nochmal angucken, weil... Ich wurde doch immer Erster oder nicht? Wie Player... Was ich dann nochmal machen würde... Mal was nächstes... Naja... War aber ne... Ein guter Part... Mit spannenden Runden... Und... Ähm... War sehr knapp... Schon wieder Rang D... Naja... Naja... Gut, wenn euch das Video gefallen hat... Könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen... Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt... Könnt ihr mich abonnieren und sonst würde ich sagen... Vielen Dank fürs Zuschauen und... Ciao!